Hallo Leute, herzlich willkommen. Auf den Kanal Stunner Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde, ähm, ja, Mad Games Tycoon 2. Deine Hausbank hat dich darüber informiert, dass dein Firmenkonto schon einigen Monate ein Negativkonto hat. Hier wird eine Frist von zwölf Monaten geben, um deinen Kontostunden auszugleichen, ansonsten droht er in Insolvenz. Meine Maus ist weg. Ah, hier ist wieder meine Maus. So. Ich muss ein Spiel vertrauensverlust, keine neuen Lizenzen. Durch eine Reihe schlechter Lizenzspiele ist das Vertrauen bei bla bla bla. Blöde ist, dass mein Spiel absolut nichts hinbekommt, irgendwie. Haupt, äh, ja, Rennspiel ist wieder im Hype. Evolution. Ich sag da ja nur die. Da bin ich gleich wieder in 40.000 im Minus, ey. Okay. Noch mehr. Egal, muss ich machen. Ich muss jetzt ein neues Spiel rausbringen, weil sonst mache ich hier gar keinen Gewinn mehr. Ja, das hier könnte vielleicht was werden, aber mal gucken. So. Engine Features. 20.000 habe ich nicht. Gehe nicht 100.000, entschulden. Aber was ist das? Objekt bewegen. Radio. Okay, 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 okay. Leute, vielleicht wird es was. Vielleicht wird es was. So, Leute. Wir sind jetzt tatsächlich 117.000 im Minus. Das Spiel macht gerade aktuell Plus. Mal gucken, ob wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ja, wir sind halt aktueller Monat. 4.000 im Plus, ey. Okay, egal. Ich nehme mal bitte auch für ein Kack-Dings zu benutzen. Das geht ja auch im Sack. 150.000. Junge, warum sind schon so viel, ey? Ich mache noch gar nichts. Warum ist das denn jetzt auch immer wieder so viel? Ich schicke das nicht, Leute. Okay. Muss man da checken? Ja, komm, ey. Jetzt gleich 200.000. Ach, Leute. Das ist doch... Das macht keinen Spaß mehr. Ah, 100.000. 6.000. Jetzt habe ich gar kein Spiel mehr. Ey. Leute, ich glaube, mein Unternehmen geht in Pleite. Schön. Ja, komm. Das muss jetzt gut werden. Ansonsten ist schlecht. Okay. Ach, komm, nur nach 4.000. Ja, verpiss dich. Ja, ich kann nichts Neues machen. Ja, 200.000. Ey. Leute, ich muss dir gleich echt alles verkaufen. Sehr schade. Möchtest du dieses Jahr an Macbanks... Nein, nein, kann ich nicht. Also, ich kann nichts machen, Leute. Ich komme hier immer mehr im Minus, was ziemlich schlecht ist. Ich muss die Mitarbeiter loswerden. Nein, das macht ja auch Minus. Ja, ich... Ja, ich... Warum hat das denn 100.000? Ja, Kampfkunst Adventure ist ein Trend. Ich muss jetzt irgendwie im Plus kommen. Gibt es hier irgendwo Adventure? Ja, Adventure ist im Trend. Hauptthema... Evolution. Ja, Evolution mache ich da einfach. So. Ja, gibt ja nur die. Alle aktivieren. So, und jetzt wieder. 300.000 im Minus. Komm schon, jetzt aber. Leute. Ey, verpiss dich. Arbeite. Und du ebenfalls. Nein, arbeiten. Arbeite. Ähm, ja, schön. Jetzt kriege ich ja auch noch Probleme mit den Kack-Mitarbeitern. Hm, komm, jetzt arbeite jetzt schneller an diesem Spiel. Wenn jetzt irgendjemand noch einmal dieses Kack-Dingsmitte und ich verkaufe das. Hä, ich muss weiter fortsetzen, weil diese Kack-Ax. Ey, 400.000 in den Schulden. Ja, was soll ich machen? Kann ja hier keinen Kredit nehmen. Oder kann man das? Kredit, Kredit, Kredit. Ist doch hier irgendwo kriegt, was wir aufnehmen können. Ja, komm, ey. Geh doch mehr im Minus. Management. Nee. Kann man denn hier irgendwie... Ey, nee, komm. Ja, tschüss. Weg damit. Ey, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, will ich gar nicht sehen. Tschüss. 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 Hier, dann droht er halt mit einer Akkündigung. Ist mir egal. Dann soll er sich verpissen. Ey, das ist doch echt zum Heulen. Wieso mache ich denn gar keine Gewinne mehr? Warum ist denn jetzt auf einmal Rollenspiel im Trend? Hä? 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 Jetzt ist das auf einmal in Trend. Ach ja, komm, dann wird das wieder nichts. Ich bring diese Scheiße hier raus. Wow, 43 nur. Leider muss auch... ...euch... Ey, Game Over. Ja, perfekt. Jetzt kann man sch... Jetzt... Jetzt kann... Ich hab echt keinen Bock mehr. Das Spiel ist aus. Leider muss ich... ...muss auch deine Firma auf dem... ...überfüllten Friedhof der Tech-Unternehmen begraben werden. Führ dich beim nächsten Mal. Jetzt kann ich ein neues Unternehmen gründen. Das erinnere ich jetzt... ...uninstando Gaming YouTube. Ich hoffe, ich weiß, dass das YouTube ist. Entwicklungsdauer. Mittelgrad. Leicht. Leicht. Hast Korrekturen. Wettbewerb. Was für ein Wettbewerb, Junge? Ja, so kann alles bleiben, ja. Ja, ja. Nein, ich brauch kein Tutorial, weil ich hab das schon mal hier gemacht, na tatsächlich. So. Entwicklung. Nochmal von neu. So. Tür. Dahin. Ausstattung kaufen. Ja. So. Jetzt noch ein Forschungsraum. Das Auto muss man da in die Ecke bilden. Beziehungsweise verkaufen. Ja, so. Ein Forschungsraum. So. Äh. Nein. Bauen. Forschung. Ich will einen Forschungsraum bauen. Kann ich das noch gar nicht, oder was? Forschung. Doch, hier. So. So. Ne, ich muss bis hierhin machen. Dann kommt hier, äh, Clow hin. So, die Tür, die kommt hier vorne hin. Warte, ist das schlau, die Forschung so groß zu machen? Warte mal. Wartet mal, wartet mal. Äh. Löschen. Ja, 40.000 plus. So. Nochmal neu. Das hier wird die Entwicklung. Haben wir nämlich eine große Entwicklungsdings hier. So. Das ist Entwicklung und die Tür fehlt. Die Tür fehlt. So. Das ist Entwicklung. Dann, dann tun wir hier. Den nehme ich einmal. Dingsen. Jetzt kann ich kein Geld mehr ausgeben, weil ich muss tatsächlich auch Geld übrig haben. Warum kostet das denn alles so viel, ey? Ich bin ja schon wieder fast pleite. Das kostet ja, hey, warum habe ich 500, ich hatte 500.000, wo ist das ganze Geld hin? Teppich kann weg hier, jetzt mit dem Schmutz. So. Wir programmieren jetzt unser erstes Spiel und das nennt sich das da. So. Standard-Spiel, ja. Was ist im Trend? Ja, das kann ich nicht machen, also ich muss Denkspielen. So. Handwerken. Ja. Ey, ich weiß jetzt schon, dass ich wieder ein Minus komme. Tabel 1, warte. Äh, 2,2. Das hier. Hm, alle Sprachen, ja. Alle drin, ja. Wartet mal, Leute. Ey, ich starte das Spiel nochmal neu hier. Das ist doch scheiße. Zurück zum Startmenü. Ja. So, Leute. Ich habe jetzt hier mal kurz eben das hier einmal hingebaut, dass das jetzt mal wieder ein bisschen besser ist. So. Und damit wir jetzt auch erstmal ein Spiel entwickeln, äh, beziehungsweise damit wir ein Spiel entwickeln können. Du bist hier der Chef. So. Arbeitermarkt. Wir suchen einen in Programmieren. Andi, Programmieren? Ja, doch, Programmieren. So. Programmieren. Programmieren. Eingestellt. Gamedesign. Eingestellt. Ich nehme jetzt einfach überall immer die höchsten. Beruf. Grafiker. Eingestellt. Perfekt. Also Beruf. Programmieren. Grafik. Design. Gar nichts. Musik und Sound. Marketing und so. Gar nichts. Grafik. Design. Programmieren. Okay. Scheinbar kann ich jetzt keine neuen holen. Also das sind so die ersten, die man sich kaufen kann. So. Perfekt. Dann mache ich jetzt einen Raum für Forschung und der kommt hier wieder hin. So. So. So, das ist ja ungefähr, genau, 108.000 Euro. Äh, 108.000 meine ich. Kommt hier die Tür wieder hin. So. Und jetzt entwickeln wir erst mal ein Spiel. Leitender. Designer ist der hier. Bild Typ Standard. Na, das passt ja alles. So, Geschicklichkeit ist zu 62%. Ja, leider kann ich nichts anderes ändern. Warum jetzt, warum gibt's denn jetzt das hier? Mega Meierer Dörfer. So. Table 1. Alle Sparren sind schon aktiviert. The Features. So. Und Leute. Wie dieses Spiel abgeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch das keine, aber feine Video hier gefallen hat, ähm. Leider müssen wir jetzt von neu anfangen. Ich hoffe, dieses Mal klappt es. Leute. Das gerne liken, abo und kommentieren. Schaut außerdem auf meinen Discord-Seller vorbeilässt. Und in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm. Habt noch einen Traumaufentag. Haut rein, also euer Sandung. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.